Heute habe ich meine Assistentin, meine Tochter dabei, mit ganzen zwölf Jahren ist sie Film Assistant, Coordination and Video Cutting Chief. So, ich wurde auch schon gebeten, heute das Intro mal ein bisschen abzukürzen. Wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen als Kopfstation. Hier ist der Joachim, Organisator vom dritten Deutschlandberg DX 2023, Stationsname Schwarzwälder, QTH hier in der Nähe von Bad Hersfeld. Ich begrüße alle zum Herbst Deutschlandberg DX und wir haben 17, 18 angemeldete Kopfstationen und ich rufe die jetzt gleich einzeln auf, kurz und knapp. Und dann erkläre mal, falls es Fragen gibt, dann auch um was es hier genau geht. Ja, grüße dich hier, ich stehe mobil oberkünftig, Ulrich Stein und bin eigentlich unterwegs im DX Bergfunk, der Ralfa Mike. Ja, grüß dich Ralf, ja, hier stehe auch Ulrich Stein. Dazu Ulrich Stein, Mainz, der Mike, der Rüdiger. Haha, dann können wir uns. Ja, du bläst mir den Lautsprecher aus dem Gerät. Hallo, ich bin Elena. Hallo Elena, ja, wo steht die Laufsächer, ich bin ein Tor, Ulrich Stein. Alles klar, das habe ich gehört. Der Ralf war das, ne? Sehr schön, was bei mir ist die S6 und Radio 3 bis 4. Ich danke dir, du drückst hier Radio 5, alles mega super. Ja, fein, nicht so viel los bei dir oder höre ich die alle nicht? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also die letzten paar Minuten waren es tatsächlich etwas ruhiger. Am Anfang ging es munter los und dann wurde es etwas ruhiger und es kamen auch einige, die es sehr, sehr gedrückt haben. Ich weiß nicht, ob sie dann den Kanal gewechselt haben. Ich warte einfach. Bin mal gespannt, was noch passiert. Der Abend ist noch jung und 37 ist ja ganz hinten dran. Wahrscheinlich. Ja, fein, du hast deinen Sohn dabei, wurde eben gesagt. Ja, ganz genau, ganz genau. Wir sitzen hier jetzt im Auto und er guckt sich das mal an, hört natürlich zu vor allen Dingen und kommt so langsam auch rein. Findet es spannend. Ich habe meine Tochter dabei, sag mal viele Grüße. Äh, viele Grüße? Das ist die Elena, die ist zwölf Jahre, also viele Grüße an deinen Sohn. Äh, das passt. Ja, dann sagt der Max, der ist nämlich auch zwölf. Auch mal schöne Grüße. Ah, das ist ja schön. Also Elena und Max, ich bin jetzt öfter wieder mobil unterwegs. Wir haben das Hobby hier entdeckt. Vielleicht hört man sich. Fein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich... Wuhu. Alles klar, Reis, hier hast du die Bravo 1 auf der Wasserkurve. Ja, fein. Äh, hier ist nicht so viel los scheinbar auf dem Kanal oder hast du schon viele Kontakte? Ja, wir haben schon einige Kontakte gehabt, aber es ist noch verhältnismäßig. Ja, bei 18, 19 Hauptstationen dauert das halt, bis die mal überall mal waren. Ja, denke ich auch. Fein. Ja, danke fürs Aufnehmen und dann wünsche ich euch noch viele Kontakte da oben auf der Wasserkuppe. Ja, alles klar. Reis, bis später. So, Berg.dex, 30.09.2023. Mal ein kleiner Ritt über die Kanäle. Einfach mal ein bisschen reinhören. Richtig was los auf CB. Okay, danke für den Rapport. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich wollte noch ein bisschen weiterhören. Ich wollte dann dorthin mit Schwachfeldern abkriegen, der ist von uns an das Karstfeld. Ja, liebe Radio auf der Schwäbischen Alp. Ja, so was. Gibt's denn so was? Jawohl, schön laut und deutlich. Ja, sowieso eben auch, äh, dieselbe, äh, laut und deutlich wie uns. Ja, sehr cool. Das freut mich. Ähm, Markus, ähm, später mehr, würde ich sagen, ähm, da war jetzt eben ein Break-Break, ein relativ leises Break-Break. Und ich bitte die anderen Stationen jetzt nicht X reinzurufen, sondern, ähm, dem Break-Break eben die Chance zu geben. Break-Break, bitte kommen. Ein bisschen Überschläge hier. Klappt das hier oben. Äh, bitte nochmal den Rufnamen wiederholen. Klappt das hier oben. Äh, bitte nochmal den Rufnamen wiederholen. Ja, ich bin mobil unterwegs, sitze im Auto und, äh, funke mit einer, äh, mit einer Sirio Turbo 5000. Ja, scheint gut zu gehen. Und wo ist aus eurem UDA? Ja, kommt zumindest hier bis in Vogelsberg. Das war's dann auf SSB. Ja, wie früher in den 80ern. Fein. Tut sich was. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Wir haben genug gefunden. Und wir haben fast mit allem gefunden. Und, ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Und, ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Und, ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach. Und, ja.